Hallo, Fonsi! Hallo, Fonsi! Was ist das? Was ist eigentlich eine Kiste? Und was ist in unserer Kiste? Wer ist in unserer Kiste? Wir wissen uns, ja. Aber ihr habt viele Fragen, ja? So, Christoph! Bist du ein Mädchen? Bist du ein Mädchen? Bist du ein Mädchen? Ja! Sie ist ein Mädchen! Hallo, Vanessa! Hat sie mal meine Haare? Hat man meine Haare? Ja! Sie hat lange Haare! Momo! Fängt deine Naume mit einer L? Fängt deine Naume mit einer L! Ja! Ja! Sie hat lange Haare! Ja! Ja! Sie hat lange Haare! So, da haben wir Fragen! Ja! Bist du Leandra? 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 Ja! Also was ist... Hallo, Leandra! Wie heißt sie? Sie heißt Leandra! Und sie ist auch unsere... Ja! ...vermeinig Bist du Leandra? Bist du Leandra? Bist du Leandra? So, haben wir... Ich glaube wir haben eine Frage für Leandra. Es ist... wille Leandra! Dür? 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 Ich habe mit mir viel Deutsch gesprochen. Also eigentlich, heute hat die Ursula mit mir viel Deutsch gesprochen. Und das heißt, du trinkst ein Disco-Ball. Okay, so von morgen gibt es noch ein Betreuer oder eine Betreuerin in unserer Kiste.